Du bist süß, wenn du eifersüchtig bist. Ich bin dich eifersüchtig. Ich vertraue dir. Nochmal. Philipp ist unglücklich verliebt. Da macht man sowas schon mal. Da sagt man schon mal was Dummes. Aua! Nee, alles gut. Was hast du gemacht? Anna, ich wollte es eigentlich nicht sagen. Aber nach seiner Aktion heute ... Das ist nicht nur ... Das ist nicht nur ein schlechtes Spiel. Das hat er mir empfohlen. Er hat uns genau dahin gelotst, wo seine Großtante gestorben ist. Ich dachte, das wäre ein Zufall. Aber es war keiner. Wilmers Beerdigung hat ihn ... Wilmers Tod hat ihn so mitgenommen. So pietätlos ist er nicht. Ach so, das sind Push-up-Nachrichten von ... ... einer Dating-App. ... ... Vielen Dank.